Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warm Up. Wenn es um die CO2-Reduktion im Wärmesektor geht, dann spielt neben der Heizungstechnik die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eine wichtige Rolle. Hier liegen enorme Energieeinsparpotenziale brach, denn nach wie vor lüften die meisten Menschen ihre Gebäude entweder über das Fenster oder über Anlagen ohne Wärmerückgewinnung. Der BDH hat gemeinsam mit dem FGK, dem Fachverband Gebäudeklima, ein Positionspapier vorgelegt und der Politik Maßnahmen vorgestellt, um diese Effizienzpotenziale zu heben. Über diese und weitere Themen haben wir heute in Berlin mit der Politik und Vertretern der Industrie diskutiert. Herr Füls, Sie kommen gerade aus dem Gespräch mit Vertretern der Heizungsindustrie. Sie haben vor allem gesprochen über das Thema der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Jetzt ist es ja so, dass die Koalition möchte, dass ab dem Jahr 2024 möglichst jede neue Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird. Die Industrie schlägt wiederum vor, dass die Abluft aus der kontrollierten Wohnraumlüftung als Erfüllungsoption zur Erreichung dieser 65 Prozent erneuerbaren Energien angerechnet werden soll. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Es ist ja kein Geheimnis, wenn der Gebäudesektor nicht liefert bei der CO2-Reduktion, werden wir die Pariser Klimaziele nie, nie erreichen. Und deswegen haben wir das Ziel natürlich, CO2 zu reduzieren, aber es muss bezahlbar bleiben. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Zielkonflikt, der teilweise zu einseitig auf die CO2-Reduktion sich konzentriert. Uns ist Bezahlbarkeit als Freie Demokraten auch sehr, sehr wichtig. Und diese Bezahlbarkeit stelle ich sicher durch intelligente Ideen und durch Technologieoffenheit. Und da ist der Vorschlag, dass wir die Wärmerückgewinnung über die Lüftung als erneuerbare Energie klassifizieren. Ich halte ihn für sehr, sehr clever. Und er ist ja auch berechtigt, weil die Frage ist ja, können wir CO2 vermeiden? Und wenn ich Energie in einem Kreislauf ohne CO2-Emissionen habe, muss ich sagen, sehr gute Idee. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Es passt zu unserer Überzeugung, dass wir Technologieoffenheit brauchen und es ist auch leistbar. Und damit hätte ich einen Teil des Zielkonflikts aufgelöst. Es gibt ja bereits ein attraktives Förderprogramm für verschiedene Wärmeerzeuger, beispielsweise die Wärmepumpe. Wäre es denn für Sie denkbar, dass auch die kontrollierte Wohnraumlüftung mit einer attraktiven Förderung versehen wird? Wir haben uns in der Ampelkoalition darauf verständigt, dass wir die Förderung komplett neu aufstellen und an der gesparten Menge CO2 reduzieren. Also ein bisschen weg davon gehen, genau zu definieren, wie CO2 hoffentlich nach Möglichkeit vermieden werden kann. Hinzugehen, wie viel CO2 tatsächlich vermieden wird. Und in diesem Kontext, glaube ich, müssen wir weg von der sehr starren EFH-KfW-Klassifizierung hin zu einer sehr technologieoffenen Fragestellung, was gefördert wird. Um es jetzt einfach mal recht simpel zu formulieren. Sie müssen CO2 sparen. Wie Sie CO2 sparen, kann dem Staat eigentlich egal sein. Wenn Sie es schaffen, gibt es einen Bonus, Förderung. Wenn Sie es nicht schaffen, gibt es einen Malus, CO2-Preis. Aber die Fachleute, auch die individuellen Situationen können wir nur berücksichtigen, wenn wir es technologieoffen machen, wenn wir die Förderung nicht an einer genauen Technologie orientieren, sondern tatsächlich an der Frage, wie viel CO2 reduziert wird. Und wenn dann Ihre Technologie da extrem leistungsfähig ist, herzlich ein Glückwunsch. Aber ich halte wenig davon, dass sich der Staat fokussiert auf eine Technologie. Es muss am Endeffekt passen, preisgünstig sein und leistbar. Herr Fürst, die Industrie hat den Vorschlag gemacht, dass für den Neubau die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als verpflichtender Standard eingeführt wird. Halten Sie das mit Blick auf die Klimaschutzziele im Gebäudesektor für zielführend? Ich habe grundsätzlich überhaupt keinen Streit mit irgendeiner Technologie. Ich habe Streit mit CO2. Und ich bin für alles zu haben, was preisgünstig CO2 vermeidet. Ich habe es vorhin schon erwähnt, bei dem Frage, wie reduzieren wir CO2, auch im Neubau. Da ist die Leistbarkeit, also der Kostenfaktor ist relevant. Menschen müssen sich Wohnen leisten können. Und da ist natürlich den Baustein, den Sie anbieten, schon ein sehr interessanter. Ich denke, wir brauchen ein Gesamtkonzept, das weggeht von der starren Klassifizierung, was, wann, wo, wie, wie gefördert wird, hin zu der Frage, wie wird CO2 vermeidet. Und dann sollen Sie bitte die Bauherren, die Industrie, die günstigsten Möglichkeiten aussuchen. Und da ist Ihre Technologie weit vorne. Herr Steppe, Sie kommen gerade aus dem Gespräch mit Herrn Föst, Frau Kaiser und Herrn Staud. Sie haben dort vor allem gesprochen über das Thema der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wie sieht denn die aktuelle Marktentwicklung in diesem Segment gerade aus? Der deutsche Markt stagniert seit einigen Jahren, was die zentralen Geräte angeht. Es sind lediglich 45.000 Stück. Bei den dezentralen Geräten ist die Größenordnung etwa 184.000 Stück mit leicht steigender Tendenz. Unsere Einschätzung ist auf jeden Fall, dass ein wesentlich größeres Potenzial noch möglich wäre, um eben auch hier Effizienzmaßnahmen im Gebäude umzusetzen. Wenn wir uns mal die Praxis ansehen, welche Energieeinsparpotenziale kann denn der Anwender einer kontrollierten Wohnraumlüftung tatsächlich heben? Die Lüftungsverluste, die Sie durch Fensterlüftung haben, können Sie durch kontrollierte Wohnraumlüftung deutlich reduzieren. Das heißt, die Wärmerückgewinnung ist in einer Größenordnung von 80 bis 90 Prozent möglich. Und damit verbunden brauchen Sie natürlich auch weniger Heizlast. In einigen Fällen ist es sogar so, dass Sie um 45 Prozent weniger Heizenergie aufwenden müssen. Herr Steppe, in dem Gespräch haben Sie ja auch der Politik gegenüber Forderungen geäußert. Was muss denn sowohl im politischen Raum, aber auch im Markt passieren, damit die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung noch stärker in den Markt kommt? Erst einmal die Kommunikation ein wichtiger Segment, natürlich. Auf der anderen Seite erwarten wir uns eine Verankerung in den jeweiligen Förderungen, um einen Anreiz zu schaffen. Und es sollte als Stand der Technik in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen verankert werden. Frau Kaiser, in dem Gespräch gerade ging es auch um ein Positionspapier, das der BDH gemeinsam mit dem FGK, dem Fachverband Gebäudeklima, der Politik vorgelegt hat. Darin beschreiben Sie unterschiedliche Szenarien, wie sich die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung künftig entwickeln könnte. Können Sie uns diese drei Szenarien kurz beschreiben? Wir haben in der Fachabteilung Wohnungslüftung diese drei Szenarien entwickelt, um einfach mal aufzuzeigen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln können. Das Szenario 1 beschreibt das Business as usual mit einem Wachstum, was wir momentan haben, von vier bis viereinhalb Prozent im Bereich der kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung. Da kommen wir aber bei Weitem nicht zu den Ausflugszahlen, die in der DENA-Leitstudie prognostiziert werden. Das ist das Szenario 2. DENA-Leitstudie Klimaneutralität. Hier wird ausgegangen von einem Wachstum von 8,7 Prozent. Das entspricht 8,8 Millionen Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Jahr 2045. Also das ist schon ambitioniert. Aber was wir als Industrie sagen, was wir auch leisten können von unserer Kapazität, ist ein drittes Szenario. Das nennen wir Green 45, einem Wachstum von 13,6 Prozent im Bereich der Wohnungslüftungsanlage. Und nur so sehen wir das, dass wir wirklich diesen enormen Energieeinsparbonus und auch CO2, das CO2-Einsparpotenzial von Wohnungslüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung voll zum Einsatz bringen können, dass wir auf die in dem Positionspapier auch manifestierten 11 Millionen Tonnen Einsparung pro Jahr kommen können. Sie haben die drei Szenarien beschrieben. Welches davon erachtet denn die Industrie als am wahrscheinlichsten? Ja gut, wahrscheinlich. Business as usual, so weiter wie bis jetzt, wird aber auf keinen Fall zu dem erhofften Erfolg führen. Das heißt, wir gehen natürlich mindestens von dem, weil wir diese Studie auch voll und ganz unterstützen, die Klimastudie von der ITG, den 8,8 Millionen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 20,45, also Marktwachstum von 8,7 Prozent aus. Aber natürlich, wir sagen, das hatten wir auch im Vorgespräch hier mit dem Industrievertreter nochmal diskutiert, die Industrie kann auf jeden Fall auch ein größeres Marktwachstum bedienen, wenn denn die entsprechenden Rahmenbedingungen und entsprechend die Handwerkerleistungen vorhanden sind. Frau Kaiser, in dem Positionspapier, das BDH und FGK der Politik vorgelegt haben, erheben die Verbände gegenüber der Politik ganz klare Forderungen. Was sind diese Forderungen? Also wir haben da vier Forderungen oder vier Wünsche drin verarbeitet. Das ist zum einen natürlich, was wir ganz dringend brauchen, ist die Anerkennung der Wärmerückgewinnung als erneuerbare Energie, dass sie gleichwertig wie die Wärmepumpe zum Beispiel momentan, dass sie da eben auch die Gebäudeabluft als erneuerbare Energie anerkennt. Dann ist die Forderung, die Aufnahme dieser Abluftnutzung im GEG und damit auch im GEG-Referenzgebäude, sollte die Technologie der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aufgenommen werden. Und wir haben natürlich gerade in der aktuellen Diskussion um die Erbringung der 65 Prozent erneuerbare Energien, haben wir eben auch einen Vorschlag erarbeitet, dass wir sagen, die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann als eine mögliche Erfüllungsoption hierzu beitragen, um diese 65 Prozent zu erreichen. Und als letztes förderpolitisch ist es natürlich wichtig, dass wir die Wohnungslüftungsanlage gleichwertig wie die Wärmepumpe behandeln. Das heißt mit einem etwas höheren Fördersatz, als sie momentan gehandhabt wird. Und die Prüfpflicht über einen erneuerbaren Energieexperten entfällt, wenn wir eine Positivliste von Lüftungsgeräten liefern und diese können wir liefern. Das war eine weitere Sendung Warm-Up. Vielen Dank fürs Zuschauen.